So, hier haut mal ab. War das jetzt eine Münze da unten oder? Ne, ein Sternteil, ne? Ja. Hab ich richtig gesehen. So. Komm mal ab. Ey, die Levels sind wirklich knackig hier. Oh Gott. Äh. Hab ich echt nicht gesehen. Okay, hier ist nix. Dann werde ich mal hier in der Kiste gucken. Ha. Da haben wir. Münze holen. Oh ne, komm. Wie groß ist denn das Level noch? Wollt ihr jetzt den Willi verloren? Nein, echt jetzt. Ah, komm Willi. War ich auch noch zu schnell für den oder was? Muss mich aber eilen. Komm Willi. Ne, die Gegner stören. Das ist es. Na gut, dann hauen wir die Gegner erstmal weg hier. Und dann geht das schon. Na. Nein. Oh, das war doch fast. Ich war doch fast da. Oh Gott. Mann. Komm, Willi. Och, das gibt's doch nicht. Spawnen die immer wieder? Ja. 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 Ich glaube, die spawnen immer wieder die Viecher. Ja, haben wir geschafft. Sehr gut. So. Und jetzt. Nein. Nicht das. Alles nur nicht das. Hey, mein Name ist Schildhilf. Haben wir uns nicht schon mal getroffen? Nein. Jedenfalls, hier kommst du nur mit dem Sternenball weiter, wenn du aufsteigst halt. Nein. Ich hasse das mit dem Sternenball. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott. Bleib bloß oben drauf da. Ah. bleib oben drauf nein ich muss da springen ach man noch mal darauf bitte aber mit dem springen das habe ich vergessen nein oh kacke hey sparkl oh gott entschuldigung wenn ich gerade so ein bisschen konzentriert hier bin aber mit der scheiß mummel hier rum zu mummeln ist schon kacke man muss ja wirklich konzentriert bleiben einfach durchrasen jetzt am besten nein scheiße ich will doch einfach bloß das level verlieren nein kann der da keinen schwung aufbauen oder was ja save oh nie oh da war doch das ziel das gibt es noch nicht warum springt der da nicht rüber oder ich hasse diese Murmellöbel die Murmellöbel die sind zum kotzen da habe ich schon mal die challenge für mich gerade gemocht da hat er noch schlimmer aber hier ist eigentlich geht es noch so es nicht auch geschafft geschafft so wie viele sterne brauchen wir noch ich hoffe nicht mehr viele neunzehn neunzehn sterne verdammte axt ich wusste es dass da noch ein Risikokomet kommt aber ich hatte einen anderen erwartet der Feuerkessel schon wieder ich habe da echt einen anderen erwartet einen anderen Kometen dass man eher ein Wettrennen macht oder auf Zeit aber so habe ich jetzt nur ein Leben das geht das kann man schaffen das ist glaube ich einfacher als so ein Wettrennen zu machen oder überhaupt auf Zeit zu spielen so nehmen wir noch mit und ihr huscht mal weg so Dankeschön Dankeschön macht Platz da ich bin zwar kein Madstar aber ich will durch so so nein nächstes mal warte ich ja natürlich noch mal nächstes mal warte ich einfach ey ok ok bei dem Level stelle ich mich einfach bloß zu blöde an ich mich einfach ich bin ich bin ich bin ich bin